Oh, hallo Freunde. Willkommen im LOL Kindergarten. Es ist 3 Uhr. Zeit, die Kleinen aufzuwecken. Mädels, raus aus den Fädern. Hallo. So, es ist Zeit ein Bad zu nehmen. So, die Badewanne ist voll. Ab ins Wasser mit euch. Ich zuerst. Platsch, 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 platsch. Hey, wo ist denn meine Mütze? Na, hier. Und jetzt ist es Zeit, was zu lernen. Oh, prima. Da ist ja die Lokomotive. Wenn wir jetzt die richtigen Waggons dranhängen, können wir einen Zahlenzug daraus machen. Oh, auf den Waggons sind Zahlen. Ja, genau. Und ihr müsst sie jetzt in die richtige Reihenfolge setzen. Die rote Lokomotive wird dann die Waggons ziehen. Wer möchte anfangen? Ich, ich, ich. Oh, ich weiß nämlich, dass die Zahl 1 zuerst kommt. Ah, da ist sie ja. Oh. Die 2. Die 3. 3. Hier kommt die 4. 4. Und zum Schluss kommt die 5. Gut gemacht, Mädels. 1, 2, 3, 4, 5. Tschüss, Zug. So, Mädels. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt ein bisschen auf den Spielplatz gehen. Supi. Los, komm, mein Schwesterchen. Hey, wartet doch auf mich. Juhu. Es geht auf den Spielplatz. Wenn sie vom Spielplatz kommen, sind sie bestimmt hungrig. Deshalb mache ich Milch für sie warm. Hey. Oh. Oh, oh. Ich schub dich an. Prima. Die Milch ist warm. Da kommt jetzt noch Banane rein. Fertig. Mädels. Oh, ich glaube, es gibt was zu essen. Juhu. Hey, 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 warte auf mich. Und jetzt trinkt schön eure Bananenmilch. Ah, ihr werdet abgeholt. Zeit nach Hause zu gehen. Bis morgen. Tschüss, Lolls. Wir sehen uns morgen wieder. Und ich räum hier schnell mal auf.